willkommen zurück in der höhle ja dann wollen wir mal gucken was es hier zu suchen gibt du hast gerade schon die erzader gelootet reicht das nicht nein was du hast amulett parat habe ein amulett dabei die ratte rennt schon voraus weiß die ratte wo wir hinwollen weiß es nicht sie rennt auf jeden fall zielstrebig versuche sie aufzuhalten sie labert nur vom amulett oder rechts ist eine tafel die man benutzen kann ich glaube den haben vielleicht ein rechteckiges amulett alle warten gespannt wie nutze ich das denn ja 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 ich verkack's Spannung es macht shiny shiny aber es passiert nicht wahrscheinlich war ja auf der anderen seite auch noch dann lass doch mal auf der anderen seite auch noch versuchen das sieht nach jeder menge loot aus da oh ja oh ja dann würde ich sagen versuchen wir es nochmal von der anderen seite ne ja ich bewege mich schon mal zielstrebig zu meiner höhle oder so ja dann sind wir direkt ein paar mehr beim kampf obwohl wir können auch wieder warten was war das ich weiß nicht das war der typ der ist nochmal umgefallen anscheinend ich war gerade auch ein bisschen verwirrt hast du diese ader schon näher geprügelt ader erschöpft ja hat er natürlich was erwartest du ich eile ich eile jane wird zurückgelassen ach jane kann uns mal so dann soll der jane mal walten womit darf er denn anfangen steht hier er darf anfangen mit erde erde was kriegen wir hin dann das wasser jetzt bitte luft und feuer ja kampf ja jane ist schon auf dem weg ach da hinten ist sie ach deswegen doppelgänger ist dir aufgefallen dass wir eben gegen dich gekämpft haben nein wir kämpfen nämlich jetzt gegen mich ja wie du denn siehst stehe ich da ich bin noch mit jane unterwegs und deswegen doppelgänger gegen den verbündeten jetzt macht es sinn da gibt es einen sinn es hat sinn ich korrigiere du tust mir weh du tust mir weh ja das kriege ich hin ja das kann ja das kann oh ich glaube die erzader da hab ich noch nicht geplündert wir sind im kampf hier wird nicht geplündert ja nur einen moment sekunde schuss Feuze zährend. Feuze zährend. Platsch. Warum hab ich nen Bogen? Oder bin ich das gar nicht? Hä? Das war erst so aus, ob ich das wär. Nee, warte mal, das kommt ja gar nicht. Ja, vom Bild her ist das auch, aber von der Skillung her vielleicht anders. Aber wieso steh ich denn in Flammen? Weil sie einen Brandpfeil benutzt hat. Ich nicht. Sie. Also ich quasi. Ja doch, es stimmt, es muss ich selbst sein, weil sie setzt dich in Brand. Das ist der eindeutige Beweis. So, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, der hält noch ne Runde durch. Ey. Geblendet. Ohohoho. Ja. Mit deiner Treffsicherheit musst du echt nochmal üben. Ist was? Wir brauchen ein Alles-Luken-Button. Ja. Hast du denn so jetzt alles gelootet? Also ja auch die Hälfte. Oh, ich hab hier ein paar Pfeile. Die krieg mal direkt unsere Leine. Ich hab ja mit ihr gelootet, ne? Ne, hä? Schriftrolle, Deckerling, Heilung. Ach, das Amulett hast du wieder aufgenommen. Ich war gerade verwirrt mit wem ich gelootet hab. Keiner hatte da das Amulett gehabt. Ach, ne, da ist es. Rundes Amulett. Questgegenstand. Ich hab Pfeile. Schriftrolle des Arztes. Pfeile. Fast nix. Nur wegen nem... Ja, Pfeile hab ich alle an unseren... Nur wegen nem Blödsinn aufgesammelt. Außer das Quest-Item, ne? Das ist natürlich schon ein bisschen wichtig. Ja. Na gut. Dann gehen wir mal... Ah, er kloppt noch. Ich hab den J.M. wieder vergessen. Haben wir auch wieder ne schöne Ratte, die uns sagt, dass wir das Amulett mitnehmen sollen? Ne, hier hab ein Loch in der Brücke. Oh, halt. Was? Jetzt. Da ist die Ratte. Ja. Habt ihr euer Amulett parat? Ja, haben wir. Und da sind wir auf der anderen Seite. Wer hätte es gedacht? Ja. Interessant. Es sieht aus, wie ein circular Objekt fit hier. Ist ja auch, wie ein circular Objekt fit hier. Oh, ich bin wieder zu voll geladen. Ähm. Äh. Ich dachte, man muss das da draufschmeißen, das Amulett. Ich hab keine Ahnung. Da liegt's ja jetzt. Ne, ne, ne. Amulett. Oder auch nicht draufschmeißen. Ja, hast du das Objekt draufgekriegt? Äh, ins Inventar und von da hingezogen. Ach so. Ah. Ah. Und er rennt. Da. Was glaubst du denn? Hier oben ist nicht wirklich was, oder? Ah, da ist noch eine Truhe. Uh. So. Dann machen wir doch mal eben ein Ausrüstungs... Ne, die hab ich schon. Naja, ich weiß. Ich wollte in die Mitte rennen. So. Was hab ich denn so gefunden? Ich habe ein... Resistenzverringern Buch. Was ist denn das? Feuerzauber? Feuer kann ich doch. Ist ja cool. Benutzen. Stufe zu. Du hast Stufe nicht hoch genug, okay. Gemälde der Landschaft. Ja, du brauchst ja auch. Gewisse Erfahrungen da drin haben. Ich bruch die Lupe. Kettenrüstung der Luftresistenz. 20. Wasserresistenz, Luftresistenz. Allgemeiner Rüstwert? 20. Hab ich eine 28er, ist nicht so... Geil. Dann steh ich mal raus. Geben wir mal zwei. Intelligenz. Wohl ne, eigentlich bruch ich. Ich hab ne 10er Rüstung für den Magier. Intelligenz plus 1. Feuerresistenz plus 10 und Erdresistenz plus 10. Und 50 prozentige Wahrscheinlichkeit verstummt zu machen. Erfordert Stärke 7. Warte mal. Ist das für dich? Äh... Sag nochmal, ich hab was anderes gelesen. Ding? Hörst du mir zu? Klingenwaffenschaden 26 bis 45. Na, ne. Ich hab Liebwaffenschaden, der ist höher. Mit einigen Effekten. Ich hab hier nur Robe. Rüstwert 8, Körperbeherst... Ne, Körperstärkung plus 1. Ist das was für Jahan? Warte mal. Jahan. Ähm... Das stecke ich mal an die. Na, ich glaub dem verpasse ich die Intelligenz plus 1 Probe, die ich gerade gefunden hab. Hm. Macht glaub ich mehr Sinn. Rüstung 10, Körperbeherrschung... ne, Körperstärkung plus 1. Ist auch nicht gerade so geil. Die kennen wir schon. Schriftrolle der Luftschilds, Schriftrolle der Wasserschilds, Schriftrolle der... Einer von euch braucht ja noch ne Kopfbedeckung. Ja, die, die... Links da, Tante, hat noch gar keine... Dann kriegst du da grad mal eine. Erde. Fertigkeitsbuch des magischen Giftfalls. Fertigkeitsbuch des magischen Giftfalls müsste doch an sie passen. Zack. Wahrscheinlich... Hab hier noch ne alte Kettenrüstung der Luftresistenz. Erfordert Stärke 7 aber. Rüstwert 9, 10. Rüstungsexperte und Körperstärkung plus 1. Ach, sie hat schon nen Helm, seh ich gerade. Rüstwert 6 hat sie. Wow, ist ja voll gut ausgerüstet. Aber dafür Führung plus 1. Ist eigentlich geiler, weil sie dann hinter... Weil die brauche eher Stats als Rüstung. Ja. Ja. Ja klar, Stufe zu gering. Ähm... Na, von der Stufe 7... Ist ja noch ne... Ne, Stärke 7. Na, das kann sie nicht. Scheiße. Ich hab hier noch ne, äh... Ne Einheitwaffe, die die Stärke um 1 erhöht. Das ist was für unseren Kampfmagier. Welchen Schaden denn? 37 bis 51 und 5 bis 8 Feuer. Ja. Okay, mit dem Feuer zu haben. Hat die sonst da irgendwelche Effekte? Äh... Kritische Schaden mal 1,5. Stärke plus 1, 10. Ich hab... Wahrscheinlichkeit Verbrennung. Meiner hat 40 bis 54 und Stärke einen nicht. Und Schildexperte jeweils plus 1. Da ich mit Schild kämpfe, ist das, glaub ich, ein bisschen... Boiler. Ja, alles klar. So, ich glaube... So viel Müllrüstung. Ja, ganz gut. Was haben wir denn so an Büchern bekommen? Aber es wird keiner ne Rüstung, wer 20 braucht. Ist ja krass. Der Jayan hat halt nen Gamazon der Intelligenz-Push, ne? Ist, glaub ich, besser für ihn. Rezepte freischalten, Rezepte freischalten. Ja, eben die ganzen Rezeptbücher da. Party-Modus, yeah. Viel Spaß. Was? Was? Ja, ich hab die Bedienungserleitung des... des... des, ähm... Ahu-Funkensprührers 5000 gefunden. Oh. Universarsteuerung. Mit dieser Universarsteuerung könnt ihr euer bevor... euren bevorzugten Massenvernichtungswaffe verschiedene Befehle erteilen. Okay? Okay. Berserker-Modus, Selbstzerstörungs-Modus. Sieht das so aus, als wenn wir da drüber auch nochmal miteinander sprechen. Deaktivierungs-Modus. Das wäre ja kein... So, ich hab, glaub ich, auch alles gelesen, was ich an Büchern gefunden habe. Das kann ich noch nicht. Ja. Gut. Wir haben wohl ein Tagebuch gefunden. Okay. Hab ich jetzt übersehen. Sorry. So, wer könnte das jetzt reinkommen? Ja. Also... Der kann auch seine Hunde töten, also mehr ehrlich. Sentimentaler. Na. Ah, ich mach die Harte. Oh. Die harten kommenden Garten. Herzlos, ja. Was macht denn eigentlich herzlos und mitfühlend? Wenn man über den Charakterzug mitfühlend erfügt, wird die kritische Treffer um 3% erhöht. Ich hab, äh, ergeb... Ich hab... Wenn ihr über den Charakterzug mitfühlen... Hä? Mitfühlen? Ne, ich bin ja herzlos. Warte mal. Du musst bei herzlos gucken. Wenn ihr über den Charakterzug herzlos verfügt, erhaltet ihr bei eurer hinterhältigen Attacke einen Bonus von 20% auf eure Trefferwahrscheinlichkeit. Toll, gleich. Ja. Nicht hinterlistig angreife. Du machst doch gar keine hinterlistigen Angriffe. Verskillt. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Du bist echt nichts sonst los, ne? Ne. Ich mein, ich find das schon mega geil, oder? Ja, ich hätte so oben gedacht, ihm wie ich von wegen... Aber wir können die ja mal Letty wieder mitnehmen. Echt? Gibt's da Geld für? Weiß ich nicht. Guck mal, ob das einen Wert hat. Hat sogar Effekte. Ne, doch nicht. Aber es gibt 450 Gold. Ja. Kann man sich geben, ne? Ja. Meine Portale bleiben ja auch offen, ne? Ja. Geil wär jetzt, wenn das dafür gesorgt hätte, dass sie mir Gegner spawnen oder so. Du kommst ja nicht wieder raus. Oder wenn das eine Portal sich geschlossen hätte und das andere wäre noch drin. Tja. Das war's dann mit dem Koop, ne? Naja, die Koop hat mir andere hier schon mit Feuerbällen torpediert. Ja, ich finde... Wollen ja mal keinen mit Namen nennen. Ich finde immer neue Wege, dich zu treffen. Ja. Du bist nirgendwo vor mir sicher. Was ist denn das für ein goldener Punkt hier links? Goldener Punkt? Ja. Ja, mir ist da irgendwie so ein goldener Punkt auf meiner Minimap. Das ist die Ratte. Oh, das ist die Ratte. Die hab ich gar nicht gesehen. Schnell wieder in die frische Luft, ey. Ich glaube, so langsam müssen wir wieder was verticken gehen, oder? Weil du bist ja auch schon die ganze Zeit voll mit dem Inventar. Ja, ich hab halt ne Menge Erz gesammelt, ne? Ich hab halt auch die Bogenschützen schon ein bisschen was verfrachtet. Wieso sind die Leichen hier nicht gelootet? Die wurden mir gerade als voll angezeigt, aber irgendwie ist da nix drin. Wollen wir weiter oder in die Stadt? Ich bin erstmal noch für weiter. Okay, solange du noch was denkst. Ich hab noch 40 Kilo Platz jetzt. Ah, okay. Pilzen? Du alter Suchti. Nein. Ach komm, hör auf. Ich dachte gerade, ich hätte eine Truhe gesehen. Ja, ich hab einen Stirnstaubkraut gefunden. Aber warte mal, da geht's noch weiter. Da hinten ist eine Truhe. Ah, aber noch eine kleine. Hahaha. Ist das ein Ring? Ein Ring, den Ding, den unten schild? Warte mal. Da muss man doch direkt mal gucken. Blocken zwei Prozent. Ne, das ist aber nicht so das wahre, oder? Ich hab auch nur Blocken zwei Prozent. Okay. Hab ich eben noch einen anderen Schritt gehabt. Tietekinese und Lehrmeister plus eins. Interessant? Als Ring? Hm. Ja, wahrscheinlich, weil ich hab so einen komischen Luftresistenz plus 15 Ring. Das ist auch gut. Ja, aber sonst. Vielleicht, warte mal. Fisch! Die Dame hat, glaub ich, dort jetzt auch Strenge. Mann. Ich hab dir erstmal einen jetzt rüber geschickt. Alle haben sie schon Ringe hier. Aber ja, irgendwas haben wir doch hier noch ein Schild. Ah, vor der Stärke 9. Ich kann den anderen Schild noch gar nicht nutzen, deswegen. Ach so. Oh, da oben sind rote Punkte. Oh ja. Viele rote Punkte. Bin da. Speikerst du mal nochmal? Äh, nein. Doch. Wir können nämlich vor diesem grandiosen Kampf in die Pause gehen. Ah, ja. Dann gehen wir doch in die Pause. Alles klar. Und ob wir das überleben, seht ihr beim nächsten Mal. Boah, fies. Immer diese Kliffchen. Ja, scheiße, wa?